Achja, hier dürfen wir ein bisschen fahren Mit dem Platz vom Chaos, jaaaa Boopopopoot, komm her, pöser Pluck Du pöser pöser Pluck du Schau dich kapott Ein Stichchen, die wir bekommen Ahahaha, nicht abhauen, was soll das? Tummi da doch nicht an, Junge. Wenn du das nochmal gemacht hättest, ne, ich hätt mich so kaputt gehauen. So, und raus, dann. Geht doch. Irgendwie. Oder nicht. Da oben ist noch was zu holen. Das habe ich in meinem englischen Durchgang auf Fusion Media, habe ich nämlich vergessen. Und ich muss auch nochmal nach unten, das ist mir schon klar. Aber ich will das schon mal dabei aktivieren. Nein. Ja, da kippe ich jetzt mal nicht. Also hier. Macht mich schon nicht zu wenig, du trist, Junge. Genau, get out of here. So, das war mal aktivieren, jetzt gehen wir erstmal nach unten. Die haben mich hier ganz schön gebeutelt gerade mit meiner Energie. Aber das soll jetzt mal nicht mehr mit ihm sein. Achtung, hier kommt der Killer Geist. Also, hier unten haben wir auch wieder ein bisschen Party, 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 Party. Sag mal, hast du mich gerade gehauen? Und du braun, bauern, so, nennest braun, so. In deiner Familie gibt's mehr. Hier sind die Finger in Verwandtschaft. Hast du dir je erst verträumen lassen können. So, das ist der Mega-Kotz. Da hab ich's mal geschafft, komplett dran vorbeizuspringen. Da hinten am Ziel. Äh. Kamera. So war das natürlich nix. Ich weiß auch nicht, warum ich auf R gekommen bin, aber egal. Ich mein, die sausgehen mit der Schulter lassen. Und warum hab ich jetzt Pause gezuckt, weiß ich auch nicht. Ich bin verwirrt. Wir daschen, wir daschen, wir daschen in Freschen. Quatsch. Okay, wir wollen mal gucken, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Nichts, ich will Quatsch machen. Da unten wird noch mega abgedanzt. Und der Sprung war nix. Okay, dann muss ich doch etwas Geduld haben. Die ich jetzt gerade nicht hatte, aber naja. Passiert sowas. Oh, ein bisschen vor. Komm, beweg dich, Klotz, beweg dich, Klotz, beweg dich, Klotz, beweg dich, Klotz, beweg dich, Klotz. Dance, dance, dance. Okay. So. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, ich hab's geschafft, so dieses Ding zu atmen. Dann muss ich mich nicht da hochschrauben. Dann brauch ich nur das hier. Komm mit. Man hätte es ja auch rein theoretisch sich auf die Knospe dort stellen können, wenn man sie geöffnet hätte. Und mittels dieser Drehattacke da hochjumpen können. Aber sowas einfach ran. Wird ja nicht mehr so. Was? Gesichterstück von Wari ist wieder mal genial. Hier drüben ist also auch noch ein Schalter, den ich noch nicht habe. Den darf man noch suchen. Da muss ich nur daran denken, hier zurückzukommen, weil das hat sich auch, glaube ich, vergessen. Beim Englischen Gespräch. Ich weiß ja, dass es sich da rumgeht, wenn wegen zwei Farben, ich meine, es war grün und violett. Jetzt wollen wir erstmal warten, bis die zwei Knöchel sich zu uns wieder bequemen. Da war der Schaltteil. Was soll der Mist? So geht es natürlich nicht. Ich hätte auch was gegenwerfen können. Ich wollte gucken, ob man das mit einem Sprung erreichen kann. Was wohl leider nicht der Fall ist. Dann müssen wir es nochmal anders provisieren. Aber trotzdem sind wir verdammt schnell vorangekommen schon in diesem Display. Also das ist übel im Vergleich zu normalen Durchgang. Nicht mich attackieren. Hier, was ist denn das? Ey, was hat der für eine Stalker-Affinität? Jetzt reicht es mal. Guck mal hier, ich kann gar nichts machen, weil die mich zu stressen, ey. Fuck mich doch alle ab. Mistige Mistbücher. Gut, komm runter. Auf. Ey. Ich bin gleich tot, was soll der Mist? Ich muss doch über den Sprung versuchen, das zu zockieren. Ich habe eine Idee, was ich machen kann. Wenn ihr mal aufhört, mich dauernd zu attackieren. Ah, so geht's auch. War zwar ein bisschen sehr komisch, wie ich das jetzt aktiviert habe, aber egal. Hauptsache, wir haben es irgendwie geschafft. Ich muss nur wegen meiner Energie mal aufpassen. Ja, jetzt ist da noch so ein komischer Geistbock runtergekommen. Also jetzt Klitscherspiel auch um hier. Das ist mal wieder so typisch der Klitscher los, der Klitscher. Schauen wir doch mal ganz kurz auf den Zwischenbericht. Sechs haben wir schon, sechs haben wir schon. Aber sehr wenig Schätze. Naja, das erledige wir noch. Das sind wir ja gerade drauf und dran dabei. Wenn wir denn gelassen werden. Was momentan nicht so aussieht. Ah, jetzt geht's aber. Bisher. Naja. Ich muss mal gucken, dass ich vielleicht doch jetzt bald mal etwas Knoblauch oder so finde. Sonst bin ich schon wieder dood. Nein. Hahaha. Warte mal, Link. Kann ich doch dann mitnehmen? Sparscht mir das jetzt. Sparscht. So, hierhin will ich nicht zurück. Wir werden schnell ein bisschen weiter. Ach ja. Erinnert euch an diese Schneeulen. Wow. Aber hier muss ich runter. Diese Viecher sind so ähnlich. Wow. Das war ein schöner, tiefer Fall. Aber immerhin habe ich hier auch was gefunden. Das ist jetzt so ähnlich wie dieser Abschied mit den Schneeulen in dem Eisgebirge, die mich immer abgedrängt haben. Wettlich. Da ist noch eine Truhe. Stopp, man. Wir bringen die keinen Schaden, sondern sind übelstressig und drängen mich die ganze Zeit ab. Nicht. Da ist noch Blau. Halt, halt, halt. Und hier war ein Goldschirm. Alles klar. Den Blauen Schalter muss ich wahrscheinlich schon mal ein bisschen zurückkommen, wenn ich ihn aktiviert habe. wie auch schon Tanzvampire zu sagen fickt, ne? Knoblauch hieb gegen viele Reihe. Verrunkeln, fallen und Fürzerei. Ja, so in der Art war der Text. Wenn ich, ich habe jetzt mich ganz richtig im Kopf, aber sowas in der Art kam davor. Oh, ich habe jetzt noch ein Klee-Dackel. Willst du mich gerade auf den Arm hängen? Jetzt stelle ich mich hier hin und attackiere mal gar nichts. Das war auch intelligent. Toll, Wario. Gut gemacht. Wirklich gut, dass du das jetzt so verhunzt. Nein. Geht doch. Das war jetzt daran so schwer, bitte. Das war jetzt. Hey, nein. Wie ist das? Oh, beinahe musste ich schon wieder hier voll losnießen. Kommst du jetzt da her mit dem? Mit deiner Knospel, ey, ich bin zu unfähig. Gibt doch nicht. so ich mach dich jetzt kaputt blöder baum ich verblende meine ganze aufnahmezeit hier wieder geht doch mit diesen pushen zu holen ist da oben schon wieder ein kampf ringer das gibt es doch nicht nein nein das reicht langsam leute ich mache schon alle fertig einer mann einmal da ist der blaue schalter ich hab ihn auch gesehen guck mal hier das ist voll wieder der stalker als ich das erste mal gespielt habe hat er mich auch schon so übelst gestresst ja tatsächlich ein kampf wirklich ein spiel das gesehen wie schlecht ich im ersten durchgang davon war da muss mir trotzdem mein kampf irgendwie da die wird doch nicht da gibt einfach nicht so tut ihr mir das an das war ein speer und das war ein streich habt ihr kapiert ich hab's auf deutsch ausgesprochen weil ich so lustig bin ja UaaaaaaAA Typische Gymnasiek Student sagt nur K curso, mach nur Schaut weg! Wer bist du? Misti! Ja! Entfliegen, Kollege! Machen wir den Atacke! So! Wow! Das waren aber eben mehrere auf einen Streich! Es waren keine 7 auf einen Streich! Wah, 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 wah. Okay. Genug mit dem Klammer. Ey, komm Leute. Wirklich muss das sein. Jetzt hat er noch einen Kristallwärter hier. Au. Also das ist auch nicht gerade sehr viel Spielfluss, wenn man hier die ganze Zeit von allen Seiten attackiert. Ja, genau. Fall doch da runter. Achtung. I'm charging Malaysia. Ich bin den Charger von Malaysia oder so. Was hat er, wenn du mit seinen Memes? Was hat der Genkemi, wenn du mit seinen Memes? Ah, 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 geh weg. Bams in deinem Face. Give me that. So. Noch ein paar Münzen. Ham, 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 ham. Ham, ham, ham. Aha, hier geht's runter. Oh, meine Nase. Dann jumpen wir doch mal da runter. Oh Gott. Hier muss man wieder Catapult spielen, aber dafür bin ich ja auch zu unfähig. Jawoll, es geht. Ich muss halt im Rechteigen im Moment, wenn diese Dinge nach oben schnellen. Abspringen, damit das hier nicht passiert. Ich denke, so ist die Ansicht besser. Dann kann ich es genauer sehen. Ausgeblickt, die kann ich nicht. Warum jump ich denn schon vor? Was tue ich denn? Was tue ich denn eines Unreg'en? Was tue ich denn? Was tue ich denn? Was tue ich denn? Was tue ich denn? So, konzentrieren und geht's doch. kommt. So, gleich haben wir es. moment es war schon der letzte kugel ich wollte sagen warum verrät er mir schon boss taktiken ja der eine springt in den suizid nicht reagieren bitte soll denn er misst ich brauche einen um darüber zu werfen meine energie ist gleich staunen ich bin gleich gut okay bevor dieses spanfäckchen hier am absterben ist werfen wir lieber das hört sich ja wirklich an hier i'd like to buy some what the fuck man okay ich bin tot ich hab das mal wieder geschafft jetzt kommst du mit dafür das lasse ich nicht noch mal mitmachen und ab damit oder so in der art so halt schön mitkommbar kein quatsch machen komm her du pläder magnet nein 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 das war fail hey das gibts doch nicht ich komm nicht zurück weil der da so blöd rummacht verpiss dich doch nein jetzt reicht es jetzt reicht es meine güte halt so damit haben wir nichts mehr zu gut wie viele fehlen jetzt noch eine von jedem 1 und einem nur das beste war das ein schlechter witz wieder jetzt kommt her verdammten magnet nein nein ich habe nein gesagt da oben hörst du zu oder nicht ey komm zieh dich du gut gut hier wollte ich wieder her bitte sehr r r r r ach mist ich hätte gedacht man ja ich hätte gedacht man jahrt ich hätte gedacht man schafft es ey ihr habt mich schon einmal game over lasst mich in Ruhe jetzt ihr Mist ich mache mich schon kaputt Junge okay so was haben wir denn hier wieder noch so einen Kastanienbaum diesmal von dieser Ansicht diesmal schaffe ich ihn vielleicht der guckt da ist ein Gesicht drauf oder was auf jeden fall sah es so aus als ob der mich an die Kränze mit seiner Hand nein nein was ist jetzt los mit dieser Kastane ey was ist mit der Kastane in meiner Hand los ey die macht hier gerade Breakdance oder was ich hab's gesehen wie die abgegangen ist ich hab's gesehen wie ich jetzt fertig Junge uuuuuuund Ba da bam halt ich hab's gesehen wie ich noch mehr der Wien auf meinem der hat ihn noch nicht au da ist ein Gesicht tatsächlich ey was soll denn das Nein. Ey, verarsch mich doch. Wirklich, Spiel. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Endlich! The Eagle has landed oder so? Nur noch keinen Quatsch bauen und die runterfallen. Fuck it. Was ist, wenn ich jetzt da drüben was vergessen habe? Das höre natürlich jetzt nicht gut. Schau mir mal danach. Ja, ich höre nämlich was. Ich höre nicht nur was, ich sehe auch noch was. Ja, das war dein letzte Schatz. Brauchen wir noch ein Kristall und noch Gold. Da oben ist auch der letzte Kristall. Das heißt... Davon haben wir alles. Oh, man. Oh, man. Wisst ihr was ich mache? Jetzt hier einen Kart. Ich gehe in den Innenhof und lass mir meine Energie refreshen. Weil jetzt kommt nur noch der Boss-Count, wenn ich da oben bin. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode. Boah! Wow!